Musik 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 Attacke Andage du Schweinebagge Ok im Gebäude muss ich schon Nachtsicht anmachen Im Gebäude kümmerweise Ja da gab es eine dunkle Stelle Und ja im Gebäude ist es dunkler als draußen Wenn da kein Licht ist Aha Ja ist das so So dann haben wir hier Das nächste Teil Oh das ist wenigstens der Mond Ja der ist auch so hell der Mond immer Ja wenn die Sonne ihn anstrahlt schon Kann ja schon sehr hell sein Ein Flugzeugschild okay Ein Flugzeugschild Ja das kann gegen Flugzeuge schützen Hä Ich hab die Scheibe kaputt geschossen Warum komm ich da nicht durch Hä Buck Du kannst ja nicht richtig durchsiegsen Ich hab sie jetzt in die Luft gejagt aber Lol Ich hab ein Auto Ich hab ein Auto Ich hab jetzt ein Auto Die Scheibe ist kaputt gegangen aber ich komm da nicht durch Super geile Scheibe Ja dann warte auf mich Obwohl du kannst fahren schon mit ein anderes Auto Okay Hier würde ich schon gern leben Wer nicht Alter das Auto ist zu röhren nicht gemacht Leute die keinen Konsum Wahrscheinlich nicht Aber da gibt's Motorräder Give me Oh Es war ein Tick zu schnell im Mikro Ich nehm das hier Rimm 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 Wohin eigentlich Da wo ich bin Okay Da 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 Habe ich mal getroffen? Nein Das weißt du erst wenn du am Ziel angekommen bist Oh scheiße diese Mauer in den Gebüsch Wer platziert diese Scheiße? Mauern in den Gebüsch Yo hier ist ne Waffenkiste Mach doch mal die Gebüsche weg das ist tödlich ist das Sollen noch Gegner irgendwo sein Oh ja hier Passt gut zu meinen Stiefeln Ja Zubehörsache passt gut zu meinen Stiefeln Hat er grad gesagt So ich hab jetzt 8 von 8 Kingslayer verteilt Ich hab alles voll jetzt heißt Missionen Moment Missionen Ey lass mich hier rüber Der Shoshine will durch So sieht's master eigentlich aus So dann gucken wir mal Ob ich auch alles habe Habe Ja Nein mir fehlt eine Zubehörkiste Wo denn? 6 von 6 Ne die da fehlt mir Hier bei dem Vorposten Wo? Sag mal da? Ja 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 da waren wir doch grad eben schon Dann hab ich sie anscheinlich mitgenommen Steigst ein? Ja ich geh sie mir grad rollen Steig bei mir ein Soll ich bei dir einsteigen? Ich steig bei mir ein Hab ich gesagt Dann wollen wir mal das letzte Teil für mich holen Das ich anscheinend übersehen habe Dann wollen wir mal das letzte Teil für mich holen Ob das Explode Warum habe ich denn das nicht geholt? Keine Ahnung Ja ich bin ich einfach weiter durchgefahren Oder bin vorher gestorben Und kam nicht dazu Dööööööööööööööööööööörööööööööööööööööööööööööowohl nicht nachladen, nicht nachladen, oh jetzt bin ich nach boden, kurz vorm ziel wo sind die gegner denn, weiß ich grad nicht ehrlich gesagt, ah da ist einer in dem kleinen gebäude links, ansonsten sehe ich grad keinen ja die sind alle weg, kannst mich retten kommen liegt ja einfach am boden, sonst kann ich ja schon machen während der arbeit ich war so müde, ich hab irgendwas mit gluten oder laktose gegessen so ich rette nochmal die rebellen ja dachte ich mir auch krass und hier ist noch irgendwas zum einsammeln nach oben, nein was zum einsammeln ja zum markieren nach oben aus dem weg, platz da, bumm verdammt modern, soll nicht genau sein da, ich hab's show 50 nahrungspaket 50, wahnsinn weißt du wie ich mir das einfach holen könnte? könnte könnte cheaten hä? cheaten nimm ich mir einfach dieses scheiß app lade da kannst du mini spiele machen, kriegst dadurch diese ganzen sachen toll kannst du ein paar tausend innerhalb von weniger zeit holen von allem ja, aber da ich keinen bock auf apps hab müssen wir das mal biubi wub bü bub was machst du ich wollte sich eigentlich abdrängen aber hat nicht so gut funktioniert ne, my house is allEN besser mächtiger als eins sagst Ich bin der Tank und du nur der Assassine. Bam! Was soll der, Miest? Ich komm, ich bin Scheiß-Kobe. Man sieht, bei mir beschweren, dass ich schlecht war. Komm, komm. Nein! Knapp. Knapp, knapp. Platz, da, hier kommt der Bud Spencer. Oh, mein Auto qualmt. Du bist ja so Terence Hill und ich bin Bud Spencer. Nein. Nein, scheiße, ich wollte eigentlich noch mal ran. Mein Auto quietscht sogar schon. Quietscht, quietscht. Da sind ganz viele Gegner, wir sollten hier parken. Der ist mir gegen den Feld. Parken. Mach ich doch, ich hab's auch mal geparkt. Und jetzt aufklären. Was sollen wir eigentlich machen? Computer finden. Da, da. Da ist der Helikopter in die Luft, der von denen. Hast du mal einen Helikopter kaputt machen musst? Oder willst? Naja, eigentlich nicht. Ah, das sind zwei Gegner. Mhm. Guten Tag. Und natürlich trifft er die. Natürlich trifft er den Heli. Und ich hab die Autos kaputt gemacht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall keine Fluchtmöglichkeiten. Aber du musst vorsichtig sein. Könnten eigentlich auch mal Minen platzieren, ne? Die setzen mir kaum ein. Bei solchen Missionen. Warum sollen wir Minen belegen? Belegen, genau. Belegen? Mit was denn? Mit Salami. Und Schinken. Mit Käse. Schau, für die haben im Hotel auch Sachen, die, äh, nicht essbar sind. Weil wir schon bald belegen sind. Nicht-estbar sind? Esbar sind. Du hast gerade nicht-estbar gesagt. Nein. Nein. Doch, halt du. Klar bist du nicht. Oh, hier ist noch nichts. Missionskiste. Falls mir einer folgen sollte. Falls mir einer folgen sollte, angeschossen. Hier einer um die Ecke kommen will. Ist auch eine Mine. Da ist einer direkt in die Mine gekommen. Ne, das war mal ein Granatwerfer. Achso. Ich will gerade sagen. Aber ich hab ja eine Drohne. Drohne unterwegs. Ja, aufpassen. Die haben hier einen Heli, die da mal. Übrigens gibt es noch eine gute Drohnenerweiterung, die wir gebrauchen könnten. Äh, EMP. Damit kann man Fahrzeuge ausstellen. Also so flüchtende Laster zum Beispiel. Na ja, das geht. Haben wir noch Gegner hier? Ja. Neben dem Haus. Na, da vorne. Nicht bei den Autos, danke. Tango getroffen. Da haben wir keine Gegner mehr. Wo ist jetzt der Herr Computer? Äh, weiß ich nicht. Aber hier ist was zu markieren in dem Gebäude. Zum markieren. Äh, ich hab ja einen Computer, aber das ist nicht der richtige. Das ist immer genau an der richtigen Stelle für Markierungen stehen muss. Wie ich? Ne, man, als Charakter. Ja. Einen Millimeter weiter geht das schon nicht mehr. Ja, ich hab ihn gefunden. Okay. Gut, das gibt's von der TAP, finde ich nice. Ne, cool. Wir haben rund 50 Millionen von dem Konto von dem Typen einfach mal bei den Rebellen rübergeschickt. Können wir aber machen. Was, Moped? Ja. So, äh, ich markiere das nächste. Okay. Du musst, dass man beitreten muss. Wir sind doch in einer Sitzung. Ey. Mach vor, bitte. Ich hab' ich Angst, dass du mich überfährst. Alter, zwei Autos. Ja? Da standen wir unsere zwei Autos. Macht Sinn. Die dann noch stehen. Das hat denn jemand klaut. Ah. Das war natürlich nicht so geil, obwohl ich mir egal. Ein voller krasser Stunt-Maniac. Durch die Botanik. Hier sind wir die Wildnis von Bolivien. Genau. Ich hab' letztens irgendwas über Bolivien gelesen. Ach ja, dass Daniel Radcliffe so ein Horror-Film in Bolivien getreten hat. Im bolivischen Dschungel. Der macht mittlerweile noch hohe Filme, ne? Ja, irgendwie schon. Der Harry. Der Harry. Der Harry. Der Harry zu dem Potter. Potter. Otter. Autos. Autos. Stellkurve. Fahrgabend mit dem Automobil. Hier sind ganz viele Gegner. Ja, das kommt vor. Voll der Stau hier. Aha. Hi, LKW. Ich hole mal ein bisschen auf, oder? Oh, scheiße. Das ist so eine Mission. Nein. Mein Auto ist kaputt. Ja, aber mein Motorrad ist dann noch unhilfreicher. Das muss man ja sich jagen, ne? Doch. Nein. Verhören Sie den Bandmanager, um den Code für den Tresor zu erhalten. Ja, aber ihr müsst... Das heißt, wir müssen ihn stoppen. Nein, das ist gar nicht das Ziel, wo wir hin müssen. Ach so, das ist eine andere Mission. Okay. Was ist denn, du brauchst noch ein Auto? Ja, ich fahre noch mit meinem Motorrad lang. Irgendwie kam ich auf einmal mit der Steuerung besser zurecht. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh, ein Auto. Sagt dir, und dort direkt fast ein Unfall. Ich werde angeschossen. Ich werde mit dem Motorrad angeschossen. Ich werde mit dem Motorrad angeschossen. Das wird schlimmer. Ich bin zu Fuß unterwegs. Okay. Okay, das ist... Das sind neue Motorräder, aber hier sind auch viele Gegner. Da ist das Motorrad. Wie lange fahre ich denn eigentlich? Da ist ein Motorrad. Das war ein scheiß Motorrad, aber egal. Du hast ja kein Auto gerufen. Ja, das ist so 5 Kilometer entfernt. Ich teste das mal. Denn ich habe da eine Idee, woran das liegen könnte. Ups. Das ist das bescheuze. Das ist das schlechteste Motorrad, was man in dem Spiel kriegen kann. Ne, keine Ahnung, woran das liegt. Bei mir ist das Auto... Das sah ja mal gut aus. Bei mir ist das Motorrad auch nicht erschienen. Äh, das Auto auch nicht erschienen. Ich bin der Qualmann. Ach, da hinten ist es erschienen. Wow. Bei den Gegnern. Wow. Da ist aber direkt was zu markieren. Alter. Stirb. Ihr Schweine. Auto fessert einfach gegen. Das könnten wir gebrauchen, das Auto. Weiter. Nein, ich will nicht in den Gepäckraum. Warte, warte. Ey, Gegner. Wir sind Gegner. Ja, ich will Schütze sein. Ich glaube, das waren alles Gegner. Die sind weg. Ich bin jetzt weiterfahren. Also wenn das Auto hier nicht durchkommt, dann ist alles defektiv das falsche Auto dafür. Obwohl es eigentlich genau das richtige Auto dafür sein sollte.